In der heutigen Folge sprechen wir mit Jörg von Christ, wie er das Thema Data bei Christ aufgebaut hat, wo er nach drei Jahren steht und was so seine nächsten Schritte sind. Seid gespannt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine Spezialfolge würde ich es nennen, weil wir vor Ort wieder im Studio aufnehmen. Von daher spannend, das Wort sage ich ja wie immer öfters, mir gegenüber der liebe Jörg. Hi Jörg. Hallo Jonas. Stell dich doch einmal kurz selbst vor, wer du bist, was du machst und dann können wir schon in die Folge starten. Ja, erstmal vielen Dank, schön hier zu sein. Ja. Ja, Jörg Beverunge, 39 Jahre, komme aus Düsseldorf, bin eigentlich von Haus aus Physiker, dann irgendwie in diese Datenecke abgerutscht. Das ist ja heute auch irgendwie modern, habe ich gehört. Ja, inzwischen arbeite ich für Christjubiliere und bin da Leiter von Data Analytics und BI. Wir haben eigentlich theoretisch eine gemeinsame Vergangenheit, weil Christ und Douglas früher gemeinsam in einer Holding war. Riesiges Konglomerat. Ja, genau. Cool. Mit was beschäftigst du dich denn bei Christ? Ja, also tatsächlich haben wir den Anspruch, dass wir zukünftig halt Data Analytics betreiben wollen, wirklich. Also ähnlich wie du es ja auch bei Douglas aufgebaut hast, natürlich immer sehr E-Commerce-lastig, auch direkt kundenbezogen natürlich. Und zusätzlich ist es tatsächlich auch so, dass wir viel das Reporting in Safe Service verwandeln wollen und dass wir auch da die Modernisierung anstreben. Und ja, da habe ich vor drei Jahren bei Christ angefangen. Wir haben eine neue Abteilung extra dafür gegründet und ein Strategieprojekt gestartet. Infrastruktur sind wir noch dabei und alles, was dazu gehört. Cool. Wie groß muss ich mir jetzt gerade das Konstru... Also immer meine Lieblingsfrage, mit was hast du gestartet? Wie groß war es und wo stehst du jetzt? Innerhalb welcher Zeit? Gestartet haben wir im Grunde bei Point Zero, aber naja, gut, was bedeutet Zero? Es gab ein 20 Jahre altes Data Warehouse. Die Daten waren mehr oder weniger bekannt und mehr oder weniger vollständig. Die meisten IT-Sachen lagen tief in der IT und oder sogar externe Dienstleister. Und wir haben tatsächlich seitdem angefangen, alles, soweit es geht, zu Inhausen auch wieder, auch zu klaudifizieren. Und jetzt sind wir gerade so, dass wir im Herbst im Grunde den Abschluss dieses Projektes haben, dieses Infrastrukturprojekt, dass wir wirklich alles auf On-Azure gebaut haben, neu gebaut haben und auch hinten raus neues BI-System einbezogen haben, damit wir halt auch diesen Safe-Service-Gedanken einfach auch leben können, technisch. Ja, und organisatorisch haben wir ein Team aufgebaut. Inzwischen sind wir fünf Leute, sind noch zwei Kollegen aus der IT, die das unterstützen. Ja, bei diesem Projekt natürlich auch externe Unterstützung und aufstrebend weiter. Eine neue Kollegin fängt in einem Monat an für auch gerade diese Visualisierungs-Data, Storytelling-Themen. Genau das, was wir jetzt noch verstärkt angehen müssen. Also das ist ja immer so ein Gleichklang zwischen Infrastruktur, im Grunde die Systeme aufbauen und gleichzeitig auch organisatorisch das gleiche Ganze treiben. Und ja, in dem Fall, das Letztere, das ist ever ongoing. Du musst ja auch die Leute irgendwie mitnehmen. Ja, genau. Eine Kultur schaffen ist es in dem Fall ja sogar. Definitiv. Also zumindest bei Christ war es das. Ja, muss man ja auch sagen. Aber dann kann man sagen, weil viele natürlich so fragen, wie lange dauert es, um so eine Struktur aufzubauen? Oder Infrastruktur hast du es genannt? Wie lange, was muss ich mir vorstellen? Wie lange dauert es im Brownfield sozusagen abbauen, neu aufbauen? Das habt ihr jetzt innerhalb von drei Jahren geschafft. Ja, also auch da muss man natürlich sagen, wir sind dann nicht komplett fertig. Wir haben, du sagst gerade Brownfield, ja, ähnlich, also eigentlich Greenfield-Approaches genannt. Wir haben im Grunde parallel angefangen, die Sachen aufzubauen, weil wir von Anfang an gemerkt haben, das auf den alten Strukturen aufzusetzen, ist einfach, das hat uns nicht geholfen. Und was bei uns ein relativ hoher Anspruch war, ist dieser Single Point of Truth, den wir trotzdem realisieren wollten. Also blieb uns im Grunde nicht so der Approach, ah ja, du hast einen riesen Lake und dann legst du einfach los da drauf, sondern wir mussten halt auch tatsächlich da die Strukturen dazwischen schaffen, dass wir mit einem Business Vault-System zum Beispiel ermöglichen, dass die Daten auch konsolidiert zur Verfügung stehen. Ja, sehr schön. Wichtig war uns einfach, das auch, ich sag mal, in einer moderneren Art und Weise zu machen, Business-zentriert immer zu machen. Früher war es im Grunde so Quell-zentriert, da kommt aus dem ERP-System irgendwie Daten raus. Dann guck mal, wie du die irgendwie so direkt irgendwo aggregierst, dass du sie in einem Bericht verwenden kannst. Bei uns geht es eigentlich so, dass du im Grunde noch im Dataset, in dem Fall von Power BI, bestenfalls wirklich bis auf niedrigste Granularität gehen kannst und dir dann mit einem schlauen Filter im Grunde genau diese Business-Realität selber zusammenbauen kannst. Und das ist aber natürlich was, wo du dann wieder in Organisationen ansetzen kannst, weil du musst den Leuten natürlich viel mehr beibringen, was Daten bedeutet, was du falsch machen kannst, worauf du achten musst. Ja. Wie ihr es jetzt, höre ich, raus gemacht habt und dann kannst du dich danach viel mehr mit Kultur beschäftigen, weil sonst hast du die Leute meistens schon verbrannt, weil sie sagen, hey, was beschäftigt ihr euch, warum bin ich nicht mehr dabei, was kann ich da eigentlich machen? Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz spannender. Also du sprichst da tatsächlich auch die typischen Probleme, auf die wir auch gestoßen sind, weil wir haben natürlich trotzdem einen laufenden Betrieb, den wir auch noch realisieren müssen, auch natürlich prozessuale Änderungen, die in der Organisation entstehen und auch in den Daten dementsprechend abgebildet werden müssen im Reporting. Das heißt, wir arbeiten im Grunde auch dann in zwei Welten. Das macht es natürlich sehr komplex auch. Das macht es auch aufwendig. Das erzeugt auch Kosten. Also auch das muss einem sehr bewusst sein, wenn man so einen Approach wählt. Und irgendwann muss man auch, und damit haben wir jetzt angefangen, raus aus dieser Greenfield-Ecke und ja, alles ist fertig, jetzt stellen wir es hin und jetzt könnt ihr es nutzen. Das ist ja auch nicht realistisch, sondern du fängst irgendwann an, die ersten Fachbereiche zu nehmen und so sagen, okay, wir haben im Grunde jetzt alles da aufgebaut, was ihr benötigt. Und dann musst du halt genau in dem Moment auch einfach sagen, okay, ja, wir haben euch jetzt mitgenommen, wir haben ja diese Use Cases auch für euch, mit euch zusammen aufgebaut, neue Dashboards, die Daten mit euch besprochen und so weiter. Und dann musst du denen auch tatsächlich irgendwie ihr Altes auch irgendwann wegnehmen, weil du merkst. Aber erst wenn sie neue verwenden können. Ja, ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Genau, aber dann musst du das halt auch machen, weil du merkst, erst dann beschäftigen die Leute sich auch wirklich damit. Du kannst denen halt 100.000 Kurse oder Data Literacy-Themen, Workshops machen und so weiter. Es gibt immer so ein bisschen, da sind wir wieder bei diesem Spokes-Thema, ein paar Leute, die sind da total innerent motiviert und kommen da sofort mit und sind eng eingebunden. Und anderen Leuten, ja, die haben halt auch nicht den Need, weil die haben vielleicht auch Berichte, Analytics, was auch immer, Datenzugriffe, die sie halt nutzen können, die für sie gut genug sind. Ja, und die kennen die neue Welt halt auch noch nicht und die neuen Möglichkeiten und haben natürlich on the job häufig nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Weil, ja, ehrlich gesagt, wer hat heutzutage dann wirklich so die Zeit mal eben zu experimentieren? Wenn du zum Beispiel bei uns dann so ein Bereichsleiter bist, du chattest, ne, bist irgendwie in ganz Deutschland unterwegs, 30 Filialen, um die du dich kümmern musst und dass die Zahlen stimmen. Ja. Ja, dann hast du nicht mal eben irgendwie zwei Stunden pro Tag, um mal zu gucken, wie denn so die neuen Möglichkeiten im Self-Service aussehen, ne, ist auch klar. Ja. Also da muss man halt auch mit Verständnis rangehen, aber das ist so ein bisschen so, dass, ja, auch dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ne, da entstehen auch automatisch Konflikte, muss man auch. Definitiv, ja. Ist halt am Ende auch Change Management. Ja, Transformation. Ja, total. Also, und das darf man halt, ich glaube, das ist das Größte, das darf man nicht unterschätzen. Also deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, das muss Management getrieben und unterstützt sein, ne. Also es ist super, wenn du so ein bisschen Graswurzelbewegung hast oder das halt aus dem Central Hub dann steuerst. Wir haben halt so ein Central Hub ja dann aufgebaut, dass du halt auch deine Spokes kriegst oder wie ich gerne auch so, hab ich, glaube ich, auch mal im Podcast hier gehört, von Spreche ist Fans. Also eigentlich brauchst du Leute, die generell einfach Bock darauf haben und das eigentlich dreimal die Woche fragen, okay, wann können wir denn bei mir im Bereich weitermachen oder wann kriege ich das und das, ne, so ein bisschen, genau, Champions halt. Das brauchst du alles, aber du brauchst, glaube ich, auch dieses, ne, dass auch die anderen Leute dieses Data Literacy Thema, diese Maturity Trainings, ne, dass du auch wirklich dafür Zeit kriegst, die Leute auch, ja, vielleicht auch verpflichtet werden im Zweifelsfall, ja, das brauchst du halt auch. Und das geht aus meiner Sicht nur aus einer Management-Perspektive oder du hast sowas Interruptive, du schaltest es ab, aus welchen Gründen auch immer, ja, oder so wie jetzt Corona hat jeder gesehen, ne. MS Teams, wie schwer war es, dass wir alle Online-Meeting haben und was für eine Liste von Negativ-Sachen, boah, sagen wir mal so, bei uns ist das inzwischen, würde ich sagen, 95 Prozent der Meetings sind zumindest hybrid, ne, also, ne, da sagt auch keiner mehr, ist ein Problem. Und genau das ist in so einem, ich finde, in so einem großen Datenprojekt genau das gleiche Thema, ne, die Leute mögen Change erstmal nicht. Wir innerent haben erstmal alle ein Problem mit Change, selbst Menschen wie wir, die sehr in einem sehr dynamischen Umfeld leben, ne, und da muss man halt einfach auch, glaube ich, viel, ja, hinter die Psyche der Leute gucken und gucken, wie man sie halt mitnimmt. Ja, ich habe selber nochmal drüber nachgedacht und so ein bisschen an meine, an die eigene Rolle Chief Data Officer und viele, viele sagen ja, okay, sehr coole Rolle ist ja sozusagen, ähm, der neueste heiße Piep im Vergleich zu Chief Digital Officer, äh, der ja vor Jahren sozusagen das neueste war, ähm, aber viele unterschätzen, dass das ein Riesentransformationsthema ist und dass das nicht eins ist, du wirst da täglich gefeiert und du kannst alle Sachen umsetzen, die gerade im Lehrbuch stehen, sondern es ist ein Begleiten der Leute und ist auch gar nicht negativ, aber es ist ein Transformationsprojekt, was man dann hat und es geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert lange, es sind kleine Schritte, kann auch mal wieder zurückgeworfen werden, aber damit muss man sich täglich beschäftigen. Ich sage ja mal, ähm, so drei Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte, ist die Organisation, es ist die Architektur oder du hast Infrastruktur gesagt und die Kulturthemen und die ersten zwei Themen muss man anfangen. Ich glaube, du musst mit der Organisation anfangen und mit der Infrastruktur, was machst du, wie baust du es auf, das habt ihr ja sozusagen gemacht, einmal die Entscheidung, baue ich es gemeinsam auf, baue ich es separat als Screenfield auf, hab ins Brockenmodell, habe ich jetzt verstanden, habt ihr implementiert, also welche Organisationform funktioniert und ich glaube, dass du damit, wie du sagst, Champions, so die klassische Early Adopter-Phase, ähm, damit kannst du alles bauen und irgendwann musst du dir dann Gedanken machen, okay, ab wann steige ich in die Kultur ein, wann baue ich Data Literacy auf, um zu sagen, tu Gutes und sprich darüber, dass alle das Thema mit umsetzen. Ja, und das ist bei uns halt genau jetzt so der Knackpunkt, ne, das, was jetzt mehr und mehr kommen muss, kommt, ähm, ganz einfach auch, weil wir ja, ja, wir reden hier halt über das, das BI-System, das Gesamt-BI-System des Konzerns, ne, und das bedeutet halt auch, ja, das sind schon allein 200 Filialen, die du versorgen willst mit Themenberichten, wie auch immer, ne, das heißt, du musst es halt spreaden in einer großen Menge und es gibt natürlich verschiedene, ich sag mal, ne, Levels, du kannst einen ganz einfachen Bericht, mit drei Klicks kennt jeder, worum es geht, aber es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Filtermöglichkeiten, viel mehr so, dieses, ich sag mal, ähm, vorgeprägte Self-Service, also das heißt, da muss keiner nachher irgendwie mit einem Data Engineering betreiben oder sonst irgendwas selber einen Bericht bauen, aber, ja, genau, und das ist halt das, was man ja schaffen will, ja, aber dass es halt dann auch dann dementsprechend genutzt wird und genutzt werden kann, ne, und auch da die Daten, die man da darstellt oder vielleicht auch neue Visuals und so weiter, dass sie halt auch verstanden werden, ne, also auch der Nutzen, also weil da ist ja ein großer Mehrwert mit verbunden, ich meine, wir kommen irgendwie von so einer Welt, äh, 90er Jahre Listen Reporting und die Leute, die halt Bescheid wussten, unten rechts irgendwie in der Zeile 577, wenn das, ne, 55 ist, dann ist das gut, also, ne, also so, das ist immer so und das ist in manchen Köpfen halt noch drin, das ist teilweise auch sogar noch in manchen, ja, KPIs, wir haben eben gerade drüber gesprochen, ne, je nachdem, welche KPIs man macht und wie man damit steuert, kann das halt auch schieflaufen, weil die vielleicht zu eindimensional sind und da wollen wir eigentlich von, von weg, ne, und ich glaube, das ist genau diese Mischung, die man, weil Democracy sieht man jetzt ja auch, ne, in unserer wirklichen Democracy hat immer auch, ja, auch Risiken, ne, da muss man auch die Leute aufklären, da muss man die Leute mitnehmen, ansonsten kann das halt auch in die falsche Richtung gehen, ne, wenn Daten missinterpretiert werden, falsch verstanden werden, ne, oder absichtlich misused werden, ne, für eigene Zwecke, das sind ja auch Sachen, die man irgendwie verhindern muss, indem man die Leute halt mitnimmt. Warum habt ihr euch für das Hub & Spoke Modell entschieden? Ja, ist eine gute Frage, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Not herausgekommen, dass wir gemerkt haben, vorher war das halt im Grunde so ein bisschen BI, Data Analytics und Datenaufbereitung, alles so ein IT-Thema, beziehungsweise Controlling hatte so die KPI und Berichtshoheit, wurde aber extern oder in IT erledigt. Wir haben dann halt direkt gesagt, okay, moderner Ansatz aus meiner Sicht ist, man zentralisiert auch das, ne, also wir machen halt so einen modernen DevOps-Ansatz, sodass wir im Grunde auch versuchen, von Anfang an, ne, Operations mitzuleben und zu überlegen, okay, ne, wie kriegt man das auch performant hin und stabil hin, und, ähm, auch die Verknüpfung, weil wir sehr viel mit Self-Service arbeiten wollen, geht man ja relativ sehr nah in der Datenarchitektur bis zu dem Frontend hin und hat nicht mehr nur dieses ganz, ne, ganz reine, wo man, okay, ihr stellt die Daten zur Verfügung und dann kann ich da einfach mit arbeiten. Das war so ein bisschen, wieso wir das Ganze zentralisiert haben. Es lag auch einfach an der Maturity. Bei Christ ist, glaube ich, sehr datengetrieben, allein durch das Omnichannel, ne, bei uns, wir haben recht, Omnichannel sind wir relativ early Adapter gewesen, ne, da haben wir halt auch viele Sachen in E-Com, da gibt's aber auch dementsprechend Leute, die sind, ne, die machen extrem viel mit Daten, ist ja klar, Online-Marketing und so muss ich dir ja nicht erzählen. Ja. Ähm, es gibt aber andere Bereiche bei uns, die haben halt dann eher, ne, Excel, Listen, Reporting, solche Sachen, sehr KPI-driven, aber nicht, was ich nennen würde, ja, Data Analytics oder wo du Richtung Forecasting gehst oder solche Sachen nutzt, ne, und, ähm, dieses Maturity-Level kann man aus meiner Sicht eigentlich nur durch so ein zentrales Modell ausgleichen und dadurch, dass man halt dann sagt, ne, wir haben Champions in diesen Gruppen, die halt auch das Tempo mitgehen beziehungsweise in die richtige Richtung treiben. Das heißt, du hast vielleicht den einen Fachbereich, wo du mehr, ähm, ne, wo du mehr, mehr sozusagen, ähm, die Leute unterstützen musst, den anderen Fachbereich, der ist ja schon so selbstständig, da brauchst du vielleicht auch andere Modelle. Du redest auf einem ganz anderen Level miteinander. Ja, aber das heißt, aber eigentlich ist es, ihr hattet ja schon in den Fachabteilungen Leute, die sich mit Daten beschäftigt haben, hättest du es komplett zentralisiert und nur einen zentralen Ansatz gefahren, hättest du ja sie entmündigt und deswegen sozusagen. Ja, genau, das ging halt nicht, ne, genau, weil wir hatten halt dann zweifach bereits zum Beispiel, die extrem Data-Driven schon waren, die hättest du entmündigt, das ist tatsächlich überlegt worden, aber das ist halt so. Ja, dann brauchst du nicht mehr über Kultur sprechen. Ja, und das ist das Nächste, ne, wir reden gerade darum, dass du eh in die, also, ich meine, das ist ja diese Wellenbewegung, die man kennt, ne, wir wären sowieso ja rausgegangen und so haben wir versucht, die Leute von Anfang an auch mit einzubinden, weil uns war auch ganz wichtig, dass auch gerade, weil wir Infrastruktur neu aufbauen mussten und Organisationen, dass wir halt auch alle Fachbereiche mitnehmen und das kriegst du natürlich auch direkt darüber, ne, also wir haben die Leute auch von Anfang an in Use Cases gearbeitet, also bestimmte Daten dafür, Reports in Flashboard, Safe Service aufgebaut, immer mit Use Cases. Was machst du oder machen deine User in deinem Fachbereich denn damit? Ja. Stell dir mal diese Fragen. Du bist Business Owner. Bitte komm, ne, zu uns und sag uns, weil wir können uns das zwar ausdenken, wir können euch auch alle interviewen und dann glauben, wir wissen, was die Prioritäten sind, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Am Ende kann das dann, ne, können das die Departments selber. Und so haben wir halt auch versucht, die mitzunehmen von Anfang an und auch aus ihrem Silo-Denken rauszunehmen, weil natürlich, was wir auch in der alten Landschaft haben, ist einfach Silo, 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 Silo und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen. Aber das, ich glaube, was man, was man nochmal sagen sollte, ist, die Silos waren am Anfang nicht negativ, weil wenn du dir eine Firma anschaust, die schnell wachsen soll, schaffst du es mit einer zentralen IT, mit einer zentralen Data-Einheit gar nicht, den Wachstum mitzugehen, sondern die musst die Züge loslassen und du musst schaffen, dass sie selber laufen. Und ich glaube, deswegen auch dieser, der neue Data-Mesh-Ansatz und Co., du baust was Zentrales auf und dann sollen alle helfen, ja. Also. Ja, bin ich total bei dir. Also das ist eindeutig, allein diese Dynamik, die wir dann halt mit dem Online-Geschäft und dem wachsenden Multi-Channel hatten und all diesen Verknüpfungen, die man ja hat, hat das absolut, diese Dynamik, die wir dahinter hatten, hat das erfordert, bin ich total bei dir. Auch da ist jetzt so nicht, dass wir von Anfang an sagen wollten, so wenn wir jetzt komplett nur zentralisieren, nehmen wir euch erstmal alles weg, dann hätte das ja alles gestoppt. Das wollten wir halt auch durchaus verhindern. Und Data-Mesh, ich bin eigentlich ein großer Fan von dem Ansatz, erst recht, wenn du es dann so kapseln kannst, dass du es sogar auch kostenmäßig wirklich schön sehen kannst, was kostet das auch nachher sogar im Betrieb bestenfalls, was ihr jetzt hier als Datenlösung benötigt und dann im Grunde skalieren kannst und sagen, ja, im Grunde könnt ihr das in anderen Bereichen auch nutzen. Finde ich einen super Ansatz. Aus meiner Sicht, glaube ich, brauchst du aber ein relativ hohes Maturity-Level in deiner Company oder die richtigen Leute sehr schnell und on-spot, damit du das auch aufbauen kannst. Weil da brauchen die Leute meiner Meinung nach ein schon hohes Verständnis, was überhaupt dieses Datenprodukt bedeutet. Also ich meine, am Ende sind diese Use Cases, die wir treiben, aber zentral treiben, auch nichts anderes als so ein Datenprodukt. Definitiv. Aber das ist halt tatsächlich zentral gesteuert und nicht eins zu eins dann halt auf den Owner im Fachbereich gemünzt, weil dafür brauchst du da halt auch extrem viel Wissen, auch was Daten angeht. Und das ist halt das, was man, glaube ich, mit der Zeit dann aufbauen muss oder halt schon durch Hires. Das ist der Vorteil von zum Beispiel auch jungen Startups oder sehr Tech-lastigen Firmen oder Startup-like Firmen, die halt da auch schon das Potenzial noch viel, viel höher ist bei den Leuten. Ich meine, am Ende muss man ja auch sagen, viele von den Sachen, die jetzt in einem alten Datenlandschaft auch immer noch gut funktionieren, haben den Leuten 30 Jahren gedient, kommen vielleicht noch aus Konzernzeiten. Ja, und die Leute musst du aber auch mitnehmen. Wenn du den jetzt anfängst, ja, wir haben hier dieses fancy-pansy-Data-Produkt und denen versuchst du jetzt auch noch das zu erklären. Ja, oder genau, das ist halt das Ding. Du brauchst halt fünf Leute, die das versuchen. Ja, und ich glaube, das ist nochmal spannend, worum ich das jetzt gesagt habe mit Chief Data Officer. Ich glaube, diese ganzen Leute mitzunehmen, diese ganzen Positionen, diese drei Pillars aufzubauen, und es ist schon eine Herausforderung, gar nicht negativ. Das soll nicht wehleidig klingen, aber ich glaube, das muss nur jedem bewusst sein, dass man diese ganzen Themen angehen muss, ja, und dass man die Leute mitnehmen muss. Und das Allerwichtigste ist wirklich zu schaffen, wen hat man zentral, wen hat man den zentral oder je nachdem, welchen Ansatz man fährt, um es umzusetzen. Das heißt aber nochmal kurz auch vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, ihr verantwortet jetzt alles, das ganze Reporting, Controlling kriegt Daten von euch, oder? Genau, also das ist tatsächlich so, dass wir noch zusätzlich in einem sogenannten BICC, also im Controlling Center zusammenarbeiten, was genau solche Datenanalytics, also ich sag mal Controlling, also den Datenteil der Controlling-Aufgaben angeht. Da arbeiten wir zusammen, da sind die auch eng mit uns dann in den Projekten einbezogen, mit Anforderungsmanagement und Co., weil das natürlich die Business-Partner sind, die sich am besten damit auskennen und da auch eine Unterstützung genau für diese Fachbereiche sind und auch nochmal dafür sorgen, dass die Fachbereiche nicht irgendwie ganz Free-Floating entscheiden, sondern da halt auch immer das Business dahinter steht am Ende. Und da arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen einfach, das ist tatsächlich. Aber wir sind die zentrale Abteilung und kümmern uns tatsächlich um die gesamte Daten-Zurverfügungstellung und bis wirklich zu Self-Service-Dashboards und Analytics dann natürlich. Und auch das, damit sind wir angetreten, dass das unser größter Fokus ist und ich glaube, das ist auch da, wo wir noch das größte Potenzial haben. Aber auch da die typischen Sachen, die man dann erst kennenlernt und die man auch nicht vergessen darf, Organisation bin ich total bei dir, super wichtig, was auch ein Teil davon ist, die Organisation muss auch verstehen, was dahinter steckt an Aufwand. Weil wie immer ist es so, diese Daten-Engineering-Part wie Daten-Quality, Data-Governance, das sind diese Sachen, die hört jeder und sagt, ja, ja, ist wichtig, mach das auch. Aber Zeit, Geld, eben das genau, nee, eigentlich jetzt nicht. Und ich glaube, da ist dann halt so eine Position, so ein CDO halt extrem wichtig, der dann halt das auch so nah dran ist, dass er das versteht und auch den Nutzen sofort sieht. Weil auch das ist dann wieder was Management-getriebenes. Denn es ist tatsächlich was, das musst du den Leuten halt auch aufzeigen. Was wir tatsächlich auch, wir haben halt auch Agile eingeführt dafür. Weil ich glaube, da ist halt Data-Entwicklung ähnlich wie Software-Entwicklung. Ja, sehr agil. Und dadurch, genau, agil und dadurch kannst du gut adaptieren, weil die Anforderungen wechseln dann doch sehr schnell. Du weißt oft auch durch Uncertainties vorher nicht genau, was der Aufwand ist und was du vielleicht machen musst, wenn du ganz neue Daten da hast, wie clean die sind und so weiter. Du musst ja am Anfang immer erst mal analysieren, Exploration zum Beispiel machen. Und ich glaube, sowas ist halt, was so ein CDO versteht und was wir dann zum Beispiel auch durch dieses, also was wir angefangen haben, ist tatsächlich so Plannings zu machen. Also wo wir wirklich die Fachbereiche und Controller mit reinbezogen haben. Wie so ein Board. Ja, im Grunde auch, wo wir das Backlog zusammen erstellt haben zu einem Thema und gesagt haben, was müssen wir alles machen und auch zusammen tatsächlich angefangen haben, einfach mal grob zu schätzen und das einzuplanen für die nächsten vier Sprints. Nur so eine Grobplanung einfach mal. Und das ist wirklich das erste Mal, als ich das gesehen habe, wo dann auch die Fachbereichsleute, dann fragen sie halt erst mal nach, ja, aber das kann doch nicht so lange dauern. Und dann diskutierst du und sagst, ja, das muss halt das gemacht werden und das und das und das. Und dann bin ich mir, ach krass. Und das sind die Leute, die vorher sagten, ja, ich will doch nur diese eine KPI zusätzlich haben. Kann doch nicht so schwer sein. So, und dann zeigst du denen, genau, dann zeigst du denen halt mal das Data Engineering, was das bedeutet, ne, dass da vorne so eine KPI mal eben neu ist. Und ich glaube, das ist halt auch das. Wenn du die Leute so mitnimmst, das hilft halt extrem, aber es ist halt ein langwieriger Prozess. Und auch da wieder, du brauchst die Unterstützung, Management und so weiter. Und die Leute müssen natürlich auch die Zeit dafür kriegen, auch deren Management oder wie. Aber du brichst dadurch halt auch Silos auf, weil du die Leute zusammenbringst und Verständnis füreinander generierst. Ja. Ist aber auch wieder ein Kulturthema, gemeinsam zu planen, oder? Ja, total. Also auch da gibt's, wir adaptieren das gefühlt jedes Mal. Also wir machen das ja jetzt regelmäßig, alle drei Monate. Aber wir lernen auch jedes Mal dazu. Da ist dann mal dabei, wo du sagst, okay, da die Business-Owner dabei zu haben, war jetzt irgendwie nicht zielführend. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, auch für beide Seiten. Auch ehrlicherweise auch für die Data Engineers, Scientists und was da alles dahinter ist, die Data Architects, die lernen auch sehr viel dazu, weil die dann viel näher am Business sind. Am Anfang saßen wir dann da und dann so typisch zwei, drei Leute, noch mit externem Team, zehn Leute, alle irgendwie aus dieser Tech-Ecke, perfekt, um diese Dateninfrastruktur aufzusetzen und wissen, was sie tun. Ja. Ja, aber du hast halt ja immer Business-Anforderungen. Du willst ja irgendwie auch businesszentriert das Ganze aufbauen. Du willst nachher einen Sales-Service für Fachuser haben zum Beispiel. Ja. Und diesen Gap zu schließen, das schaffst du halt auch dadurch, durch diese direkt, möglichst direkte Kommunikation. Das ist halt auch viel Zeitaufwand. Das ist teilweise auch viel Diskussion und Nervenaufwand. Ja. Muss man, darf man wirklich nicht unterschätzen, aber aus meiner Sicht ein Riesen-Win für alle. Sehr gut, ja. Ja. Also das ist tatsächlich sowas. Und das ist, glaube ich, das, wie du schon sagst. Das ist Organisation auf der einen und wie du, ja, Kultur. Ja, und das ist das Ding. Ich glaube, auch da, man muss so früh wie möglich anfangen, diese drei Säulen, die man ja wirklich machen muss, ja, aufzubauen, sage ich mal, damit das Dach irgendwann auch steht. Ja, sehr guter Punkt, ja. Und ja, deswegen, ich würde jetzt nicht erst mit Culture anfangen, wenn der Rest fertig ist. Ich glaube, auch der Rest wird nie fertig sein. Das ist eher so wie so ein, ich glaube, wie so ein Säulenpalast. Du hast zwar diese drei Hauptsachen, aber du baust halt drumherum immer noch weiter und das wächst so langsam, aber sicher. Und dann kommt da hier noch ein Dächlein davor und da vorne will der nächste den Pool haben. Nein, aber so halt ungefähr, ne? Am Ende hast du halt irgendwie das gesamte Forum aufgebaut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Auch davon muss man sich, ich glaube, entfernen. Das ist auch so ein typisches Management-Dogma, dass man glaubt, ja, okay, gut verstanden. Wir bauen jetzt eine neue Infrastruktur oder Organisation und so weiter. Und ja, okay, können wir zwei oder drei Jahren machen und dann ist fertig. Folgende Aufwand, folgende Leute und danach steht das ja für alle Zeiten. So wie es früher tatsächlich auch nicht ganz so war. Aber du hast halt im Grunde, wenn du einmal deinen Data Warehouse da stehen hattest, gut, wenn sich viel an den Daten oder Prozessen ändert, musstest du was tun. Aber eigentlich lief es, ne? So ungefähr. Und ich glaube, das hast du heutzutage viel, viel weniger. Ich meine, guck dir auch die Dynamik an, die jetzt sowas, wir arbeiten zum Beispiel mit Microsoft Power BI. Allein das letzte Release, was jetzt rauskommt mit Fabric und Co., was das alles tut. Oder was auch zum Beispiel ein Co-Pilot, ne? Also ChatGPT tun wird mit Self-Service. Dass du den Leuten vielleicht ganz andere Sachen liefern musst. Das muss man halt immer im Kopf behalten. Und das wird das aber auch, das Agile hilft dabei, dass man halt auch schnell genug dann adaptieren kann. Muss man halt nur wollen. Weißt du, was viele Leute mich immer wieder fragen, die Hörer und Hörerinnen? Ihr sprecht schon so viel und ihr seid schon so weit. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und die Leute versuchen mitzunehmen, was war der erste Schritt vor drei Jahren? Wie hast du es geschafft? War die Stelle schon ausgeschrieben? War die noch nicht ausgeschrieben? Wie hast du es geschafft, das bei Chris zu etablieren? Weil ich glaube, viele hören es zu und denken so, ja, ja, ist schon so weit, aber bei mir funktioniert es nicht. Was waren die ersten Schritte? War tatsächlich, also die Stelle war ausgeschrieben. Ja. Alt? Leiter BI und Data Analytics, glaube ich. Und das war also Management-Driven. Ja. Das musst du dir so vorstellen. Ja, total. Vorstellungsgespräch war wirklich so ein komplettes C-Level-Christ einmal um mich rum. Ganz angenehm bestimmt Gespräch gewesen. Mega angenehm. Also ehrlicherweise mega angenehm. Allein das war meine erste absolut positive Überraschung. Ich kam natürlich so erstmal gefühlt im Anzug, glaube ich, damals noch. Das ist ja auch ein bisschen her. Ja, ja. Und erst mal so total entspannt und wirklich auch da alles super. Das war so der erste Schritt. Aber auch da sieht man halt, die Anforderung war halt damals so, ja, die Diskussion ging schon, ja, was können wir denn mit Besucher zahlen, wenn der vorm Schaufenster steht und wir das mit den Zahlen kombinieren? Und irgendwann ging das in so eine Richtung schon in diesem Gespräch. So, wir haben uns also entschlossen, cool, lass uns das aufbauen. Das wollen wir machen. Richtig geil. Und damals so die Ansage Management, ja, wir haben da im Grunde ja das meiste schon. Vielleicht müssen wir ein bisschen externe Daten dazu, aber eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon fertig. Du darfst jetzt aushalten. Der Rest war letztendlich gar nicht geplant in dem Moment. Und dann haben wir natürlich erstmal gescannt, gescreent. Wie sieht's aus mit der Datenlandschaft damals, ne, also Data Warehouse. Ich hab ja schon erzählt, genau. Das empfehle ich auch immer den Hörern und Hörerinnen. Hab ich so ein Framework entwickelt, versuche über das Audit reinzugehen, ja. Das ist alles das Ding. Gleichzeitig haben wir natürlich dann schon angefangen zu inhausen, also es gab, war viel schon extern in der Mache, ne? Also Data Engineering und so war alles extern. Ja. Haben auch in der IT angefangen, Ressourcen aufzubauen, parallel mit mir. Intern. Genau, intern direkt. Und dann haben wir halt auch relativ früh gesagt, okay, ja, zwei, drei Leute aus Christ kommen schon zu mir ins Team, damit wir auch ein Team von Anfang an haben. Wird ergänzt noch um zwei, drei Leute. Und damit, ne, haben wir dann angefangen, okay, Strategie erstmal, wo wollen wir wirklich hin? Ne, was sind unsere Needs? Damit wir halt auch infrastrukturell dementsprechend das passend bauen. Ne, also wir wollten ja nie, am Anfang haben wir echt gedacht, okay, wir nehmen dieses Data Warehouse. Das ist vielleicht ein bisschen, ne, creepy, weil die Hälfte der Daten wusste niemand mehr, wo es herkommt oder ob die gut sind, ne, aber das Berichtswesen läuft drauf und alles ist fein, ne, also alles gut, ne, aber, ähm, wir haben wirklich frei gescreent, auch da, was sind die Möglichkeiten und Needs von uns, ne, also was, was brauchen wir denn als Business? Was bringt uns einen Mehrwert? Und haben tatsächlich dann auch angefangen mit einem POC und haben gesagt, okay, dann lass uns doch mal in diese Analytics-Ecke gehen, so eine Standortanalyse machen. Wie können wir denn zum Beispiel, wenn wir jetzt neue Läden eröffnen wollen oder gucken, wie gut sind unsere Läden, wie könnten wir das mit externen Daten, den Daten, die wir schon haben und so weiter, dann aufbauen? Und, ähm, als wir das geplant haben, haben wir relativ zügig gemerkt, okay, na, wenn wir in so eine Ecke gehen wollen, ist unsere Infrastruktur vollkommen überfordert. Ja. Wenn wir sowas wirklich produktiv betreiben wollen, haben wir nicht die richtigen Leute, wenn wir sowas, also wenn wir es in-house machen, ne, wenn wir sowas auch nutzbar machen wollen, verständlich, so dass die Leute es auch verstehen, damit arbeiten können, haben wir nicht die passende Organisationsstruktur und damit hat sich das dann ergeben, dass wir sofort angefangen haben, ja, ich sag mal, so eine Art Strategiephase zu machen. Wir haben uns ein halbes Jahr ungefähr genommen, um wirklich zu sagen, was sind die Bedürfnisse, mit allen Fachbereichen gesprochen, mit der IT geklärt, ne, und haben uns im Grunde so ein Organisationsmodell, haben wir gerade schon besprochen, was ist geworden, ist ausgedacht, haben relativ schnell diesen zentralen BICC-Ansatz, Data Hub, sag ich mal, gegründet, auch organisatorisch und dann von da aus losgelegt. Und dann, ja, also das ist tatsächlich sowas, glaube ich, was man auch machen sollte, ja. Erst muss die Lampe im Management angehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das schafft man mit den bestehenden Leuten oder vielleicht von extern irgendwie so ein bisschen der Ansatz kommt, zu sagen, okay, wir entscheiden, uns jetzt top-down, wir wollen mit Daten arbeiten, weil, das ist, glaube ich, extrem schwer, auch später auf dem Top-Level diese Kultur auszulösen, wenn ich im Meeting sitze, will ich Zahlen sehen. Wenn ich im Meeting sitze, will ich sozusagen, mir müssen Zahlen vorgestellt werden. Und wenn du das nicht schaffst, zu etablieren, ist, glaube ich, das ganze Projekt, wenn es irgendjemand intern versucht aufzubauen und das Top-Management nicht der Sponsor ist, wird es nicht funktionieren. Das sagst du eigentlich richtig, ja. Ja, total. Und ich glaube sonst, also das hast du eben ja auch schon gesagt, diese drei Säulen, die du ja aufbauen musst am Ende, du brauchst da die Unterstützung und das Funding natürlich auch für. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, Chris war schon immer data-driven und das war damals nochmals so, ja, wir sind data-driven, wir wollen das noch verstärken. Allein durch das E-Commerce haben wir das sowieso. Wir wissen, wir haben auch extrem viele Daten, die wir nutzen können, wo wir noch wirklich auch Business nutzen, sehr stark machen. Und ich glaube, dieser zweite ist der Knackpunkt. Nichtmals nur dieses KPIs und wir nutzen und zeigen sie, weil ich glaube, das machen viele Companies, egal wie alt das System ist und egal, wo die herkommen, aber dann den nächsten mal zu machen und wirklich diesen Mehrwert aus Daten, dieses Added Value durch Data, dass du im Grunde Insights gewinnst, die Leute vielleicht als Bauchgefühl haben und vielleicht nur eine Bestätigung brauchen bei Daten, aber vielleicht auch eine Widerlegung. Ich glaube, das ist ja das, was du eigentlich am Ende haben willst, dass du da in diesem, und das dann als data-driven bezeichnen würdest. Und ich glaube, das ist tatsächlich gerade so im deutschen Mittelstand immer noch so ein bisschen Discrepancy im Kopf, dass die Leute das ein bisschen verwechseln. Nur weil du nach KPI steuerst, bedeutet das aus meiner Sicht nicht data-driven. Weil du hast halt die Daten, die du da hast. State-in-Form würde ich sagen. Also du guckst dir die Zahlen an und lässt dich da ... Ja, und steuerst halt relativ klar nach sehr einfachen Zahlen, aber gerade Causation oder so dahinter siehst du manchmal gar nicht. Und manchmal weißt du auch gar nicht, ob der KPI-Train sauber ist. Also auch das ist das Ding. Und ich glaube, das sind so diese Themen, die dann erst bewusst werden, wenn man wirklich sagt data-driven, auch was Datenqualität bedeutet oder vielleicht sogar für die Top-Level-KPIs bedeuten könnte. Also das sind, glaube ich, so Sachen, die man dann sehr stark treiben muss. Und ja, da muss man das Management, wenn man es noch nicht hat. Ich hatte das Glück, dass ich im Grunde vom Management erwählt wurde, diese Chance zu kriegen. Und das hat das Ganze halt auch in schweren Phasen, ehrlicherweise. Weil gerade wenn du jetzt auch so einen Greenfield-Ansatz hast wie bei uns, da gibt es auch Phasen zwischendurch, wo es nicht so schnell geht, wie du es gerne hättest. Ja, durchstrecken. Wo du vielleicht auch mal eine Architekture-Entscheidung ändern musst, weil du merkst, okay, auch das ist eine Art von Agile. Das musst du, wenn du merkst, das passt nicht zum Business, verdammt, dann hast du halt vielleicht auch einen Monat in den Sand gesetzt, aber das musst du akzeptieren. Da brauchst du natürlich dann auch Unterstützung. Sowas kann halt vorkommen, weil du baust halt was neu auf. Und das muss jedem bewusst sein. Und gleichzeitig muss das, was läuft, ja weiterlaufen und auch funktionieren und auch richtig sein. Also auch da, wenn du den Leuten dann zum Beispiel aufzeigst, ja jetzt hier mit der neuen Architektur kommt hier was anderes bei raus, haben wir wohl in den alten Daten einen Fehler, versuch das mal jemandem zu erklären. Ja. An das 20 Jahre gesteuert wurde. Ist ja zum Glück bei uns nicht sehr häufig vorgekommen. Wenn wir über die Zukunft sprechen, was glaubst du, was bei euch in den nächsten drei Jahren passiert? Was ist so das nächste Thema? So ein bisschen Literacy hast du ja schon angesprochen. Ja, also sowas auch, dass man viel mehr mit den Daten arbeitet, also auch Data Storytelling versteht. Ich glaube, das ist das, was jetzt auch einfach, das ist das, was damit möglich ist. Also Daten nutzt. Genau, die wirklich die Datennutzung, Verständnis vorantreiben und damit dann halt auch einfach über diese Insights erstmal kriegen. Also das ist ja Next Level Insights daraus. Ansonsten auf jeden Fall, wenn du in drei Jahren sprichst, dann ist natürlich auch alles so aufgebaut, dass Data Lab jetzt bei uns das nächste Thema ist. Also dass du wirklich anfängst, auch dir Zeit zu nehmen für Experimente und genau solche Daten, wie es gerade am Anfang schon über Advanced Analytics gesprochen hast, damit anfängst, wirklich auch da produktive Modelle zu bauen, die du vielleicht sogar direkt wieder in E-Com-Channels und so weiter nutzen kannst. Vorhersagemodelle, Empfehlungsmodelle. Das sind so Sachen, die werden auf jeden Fall in einem Drei-Jahres-Turn werden die bei uns auf jeden Fall eine Rolle spielen. Was sind so, kannst du drei Themen sagen, die Data Literacy, also wie wollt ihr, dass mehr die Daten genutzt wird? Wie wollt ihr das etablieren? Wie glaubt ihr das? Schafft ihr das? Also das eine ist, was wir jetzt anfangen wollen, ist halt sowas wie so eine Art Data Café, also wo wir gerade ja eben von den Spokes-Fans gesprochen haben, dass du wirklich so eine Art zentrale Regeltermine, zentralen Treffpunkt hast, einfach mal bei einem Café mit einem Laptop in der Hand oder auch online dich treffen kannst, diese Erfahrung austauschen kannst, gerade auch was Berichts- und Self-Service angeht und so weiter. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtige Säule, weil dadurch hast du so ein bisschen, nicht nur durch die Spokes, aber wir erhoffen uns so ein bisschen exponentielles Wachstum, weil sonst kriegst du nie die gesamte Firma im positiven Sinne durchseucht mit Data-Driven-Gedanken und dadurch merken die Leute halt auch, was möglich ist. Ich glaube, das ist so das Zentralste, was wir machen. Das andere ist tatsächlich E-Learnings, was wir auf jeden Fall anbieten müssen allein, weil wir halt ungefähr 1800 Mitarbeiter im Vertrieb haben. Baut ihr das selber auf? Kauft ihr da euch was ein? Das ist tatsächlich gerade noch in der Analyse. Wir haben aber tatsächlich eine Plattform, die sich ganz gut dafür eignet. Intern. Ja. Und das wird es wahrscheinlich sein. Das dritte Thema aus meiner Sicht ist tatsächlich Self-Enablement. Also das heißt, so eine Mischung aus, ja, also dass du die Leute wirklich mit dem Self-Service so ein bisschen mit Aufgaben mal alleine lässt und dann aber über auch, wir haben im Grunde ein Ticketsystem dafür eingerichtet, über Rückfragen sozusagen relativ zügig mit denen in Kontakt treten kannst, außerhalb dieser, ich sag mal, Kern-Community, dass die Leute halt auch immer wissen, okay, da stehen die Türen offen für meine Fragen, Probleme oder vielleicht auch Bugs. Ja. Man finden ja Leute, wenn genug Leute auf irgendwas drauf lässt, auf Daten, auf Berichte, dann wundere man sich immer, wie oft man drauf geguckt hat und dachte, das ist fehlerfrei. Wie glaubst du, kann man das messen, dass mit Daten gut gearbeitet wird? Weil irgendwann musst du ja dir gefallen lassen, die Data-Abteilung sich gefallen lassen, wie, welchen Bärwert bietet ihr? Also das tatsächlich im Gegensatz zu Data-Analytics, wo du halt sehr schön mit den Metrics arbeiten kannst und wenn es gerade erst so ein Data-Product-Ansatz und ein Data-Mesh ist, wo du wirklich sagen kannst, so und da hat nachher fünf Prozent mehr Verkäufe gegeben, deswegen ist das, glaube ich, in diesem BI-Ansatz schwierig, ne? Also weil, und genau deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass du Top-Level-Support hast, weil am Ende, ob die Leute jetzt sozusagen ihre Arbeit schneller machen oder besser machen oder besser lenken, weil sie mehr Einsichten haben, mehr KPIs sehen, tiefer Granularität haben zum Steuern, das ist fast nicht messbar. Also das ist tatsächlich ein riesen Knackpunkt, der auch dieses, das halt so zu so einem Zentralprojekt macht, wo du halt gerade bei der, gerade jetzt bei dieser Aufbauphase, kannst du aus meiner Sicht kein sauberes Measure finden. Ich könnte dir natürlich jedes Measure dieser Welt da reintun und sagen, ja, dadurch machen wir 20 Prozent mehr Verkäufe oder sonst was. Soll mir mal jemand nachweisen, dass das nicht durch die Inflation nur wieder weggekommen kann. Nein, aber deswegen, ich bin da kein Freund von, das kann man machen, aber in so einem großen Ansatz. das ist wie die IT, du brauchst sie und man muss eigentlich nicht mehr drüber diskutieren. Das ist so ein bisschen das Thema. Also ich glaube, das ist einfach was sehr Zentrales. Das wäre halt wieder der Data-Mesh-Ansatz, der genau das natürlich hilfreicher ist, da rauszukommen. Und ich glaube, das würden wir halt auch uns in die Richtung weiterentwickeln. Wenn wir jetzt eher in diese Data-Analytics-Ecke gehen, dann musst du das natürlich messbar machen. Aber dann hast du auch eine ganz extrem konkrete Anwendung, einen bestimmten Forecast oder eine bestimmte Metrik, die du direkt im Online-Shop verwendest, dann kannst du AB-Testing und sowas machen. Ist jetzt beim Reporting schwierig. Kann man natürlich auch machen. Wir nehmen zwei Bereichsleiter, die kriegen den alten und zwei den neuen. Guckst, wer besser performt. Ist aber jetzt glaube ich nicht. Jörg, ich glaube, wir sind auch schon weit mit der Zeit fortgeschritten. Eine ganz spannende Frage noch, die ich habe. Du hast im Vorgespräch was von deiner Tätigkeit vor Christ erzählt. Nimm uns da noch mal kurz bitte mit, was ihr da gemacht habt. Ja, also ja, ich habe halt vorher Berater gearbeitet und in den Niederlanden und die sind halt schon, sie waren schon vor fünf Jahren mit AI und so, sie sind halt extrem kreativ, initiativ. Und ja, da haben wir halt ein Projekt gemacht. Eins zum Beispiel, das ist also absolut immer noch mein Lieblingsprojekt, war, dass wir einen, ja, im Grunde einen Fitness-Tracker für Pferde entwickelt haben. Und unser Teil war dann... Fitness-Tracker lieb ich, von daher war es sehr spannend. Ich auch, ne? Genau, es ist auch so, gerade damit habe ich mich seitdem auch einfach mit meinen eigenen Fitbit-Daten mal ein bisschen besser beschäftigt, Smartwatch-Daten. Weil das ist genau das Ding, das war so spannend, dass du, also bei uns ging es dann darum, dass wir halt wirklich diesen, ja, den Algorithmus entwickeln mussten, der aus den rein gemessenen Daten, ja, und Daten heißt ja irgendwie, du siehst die Bewegung rechts, links, oben, unten, Drehung, Beschleunigung. Ja. Das ist eigentlich, ja. So, das sind die Sensoren, die da drin sind. Aber am Pferd, überm Pferd, also als Drohne? Ja, das ist tatsächlich am, kannst du dir wirklich vorstellen, du nimmst einen riesen Fitbit und packst es an den Beinen vom Pferd. Ah ja, okay, cool. Und was du damit machen kannst, du kannst wirklich verschiedene Galopparten gucken, du kannst am Ende, ging es eher darum, sogar zu gucken, wie der Health-Status des Pferdes ist, ne? Also bewegt sich das genug, schläft das zu lange, liegt das plötzlich im Schlafen, weil normale Pferde stehen im Schlafen. Ja. Solche Sachen kannst du alles sehen, nur anhand dieser Daten, aber auch da war halt die riesen Erkenntnis, diesen Algorithmus zu trainieren am Ende, ja, keine Ahnung, ne? Und welcher, was es dann am Ende ist, ob es ein Tree-Classifier oder sonst was ist, who cares, ehrlicherweise. Ja. Was entscheidend ist, ist Data Engineering, weil du hast halt einfach unendlich viel von Daten. Ja, die musst du irgendwo hinschieben, modellieren. Die musst du, ja, genau, und du musst halt Features draus machen, ne? Also, weil du hast halt einfach irgendwie, ja, das Pferd hat sich mal bewegt, mal nicht, mal hoch, mal runter. Ja. So. Aber du musst ja irgendwie schlau daraus was machen, ne? Und das ist tatsächlich sowas, wo die meiste aber reingesteckt ist. Daraus wirklich messbare Größen zu machen und das ist tatsächlich was auch, was ich immer wieder den Leuten mitgebe, gerade bei Machine Learning und so weiter, das ist halt nicht zu unterschätzen. Das ist aus meiner Sicht auch da die Datenqualität ausreichend zu haben. Ja. Das ist viel, viel wichtiger, als nachher den passenden Algorithmus zu finden oder den ein bisschen unendlichen zu trainieren. Ähm, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, was mich da auch extrem dran fasziniert hat und mir auch diese Insights einfach gegeben hat. Ja. Verständnis, da sieht man wieder Perspektive. Ja, ja, ja. Jetzt verstehe ich Data Engineers wieder, die ganz sagen, ach komm. Ja. Wir haben eine Katze, ich gucke mal, ob wir es mit einer Katze hinkriegen. Das würde funktionieren, also diesen Halsband, es gibt diese Flohrhalsbänder, da kannst du einfach so ein Fitbit dran machen, oder so, das klappt. Cool. Musst mal ausprobieren. Jörg, wir könnten noch ewig schwätzen, aber die letzten zwei Fragen, was machst du noch privat mit Daten? Daten trägst du auch ein Fitbit und wie würdest du dein Data Game bei Christ jetzt gerade mit einem Film oder mit einem Serientitel beschreiben? Ja. Also, ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das, wo ich am meisten auch mache und dabei auch einfach am meisten gelernt habe, weil ich natürlich dann weiß mit Python, wie ich das analysieren kann. Und das ist ja das Schöne, diese Daten sind ja frei verfügbar, zumindest für einen selbst auf jeden Fall. Und man glaubt gar nicht, was man da alles, ich fahre halt auch Rennrad, da sieht man halt auch wirklich auch, alles Daten, ja. Ja, da kann man seinen eigenen Fitnesszustand dran tracken, wenn man das wollte. Das ist eher gefährlich. Ich habe es dann irgendwann lieber gelassen. Ja. Der ist nämlich nicht mehr so gut wie früher. Ähm, genau. Und das Zweite, ja, Filmtitel ist eine gute Frage. Ähm, ich würde, ähm, wahrscheinlich am ehesten sagen, irgendwie sowas wie, äh, Data Wars, äh, Rise of Data Literacy. Ja, das ist so ein bisschen so das, weil ich glaube, das ist so genau das, was bei uns gerade passiert, ne? Ja. Es ist immer so der Kampf zwischen Daten verstanden und Nutzen und irgendwie wieder so, oh, ist doch alles doof. Und jetzt, glaube ich, sind wir gerade genau auf dem Ast. aufsteigenden Ast, wo wir sagen, es geht in der ganzen Organisation rum. Cool. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir vielmals. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, danke dir. Ja, danke dir. Ja, danke dir. Vielen Dank.